hallo meine freunde willkommen zu einer weiteren folge von among us wir sind auf der map poros heute unterwegs und mir gefällt die map irgendwie überhaupt nicht aber irgendwie feiern die alle und wir haben auch eine wenig an der vision rumgestellt also wir haben ein bisschen da rumprobiert und gemacht und ich glaube man hört mich auch ein bisschen fluchen und zeitgleich sollte ich auch öfters mal auf mein bauchgefühl hören weil immer wenn ich sage ja ich habe im bauch gefühl das und das ist es meistens richtig aber ich möchte euch nicht zu viel verraten leute viel spaß mit der folge und natürlich bewertet sie ja heute ist echt bis jetzt entspannt muss ich sagen warum ist es dunkel das ist schon echt hart was jetzt los entweder dossierer hätten ich konnte es nicht genauer kennen einer von beiden hat johanna gekillt beim key also ich war schon runter ich hatte es gerade gelaufen ich weiß ich habe den kill gemacht und dann nach unten gelaufen ist oder ob hinten hin ist den kill gemacht hat und dann das stehen geblieben ist warte und wieso verdächtigst du kannst mit dem key kenne ich gar nicht du stehst direkt daneben du träum du kennst die tasse nicht ja dann ist es hinten wenn er die tatsächlich kennt und direkt davor steht dann ist es hinten wenn ich die tasten zwangsweise jetzt gerade so als würdest du die komplette keytast nicht kennen ja das ist das erste mal dass ich die gemacht habe war schön hinten im kreuzfeuer gerade den schlüssel anklicken und dann auf das schloss da können sie ja doch umdrehen der lacht gerade zu dem weil ich will ja in dem sinne erkannte die nicht ich habe die das erste mal gesehen gemacht jetzt bin ich vollkommen verwirrt muss ich ganz ehrlich sagen danke ich auch sind jesus nee nee was gerade ich war schon unten ich bin schon runtergelaufen ich habe so ein gefühl also wir wissen ja einer einer von den beiden einer von den beiden oder der oder der einer von den beiden oder der behalten wir das mal in hinterkunft danke andi einer muss ja den pascal machen oh ja what the fuck achso fixing lights what the hell wieso ist das noch weniger das ist ja richtig übel das ist ja richtig übel ey schnell da rein das ist ja die vision ist ja sogar bei den electrical wenn der strom gemacht ist oder auch bitte nicht mich da war gerade irgendwer hallo ich erschreck mich jedes mal so wenn und die einzige personlichkeit gesehen dann wortet mich und verliert die runde das sagst du jedes mal dann war es das ja vorhin hat das auch gesagt dann war es nicht okay ja gut dass wir aber jetzt einfach grundsätzlich immer ja mehr nur quatsch hast du noch irgendwelche anhaltspunkte blink ich weiß jetzt nicht so ist jetzt nur reingekommen oder es heraus aus der euro gekommen an die na ja ich habe ja das elektrik ich habe mich voll gewonnen als du bist du klein hast du liegst du hast du umstehst ach so ja habe ich mit pascal habe ich noch die wires gemacht und habe ich runtergelaufen ja ich wollte mit mir bist du nicht mit mir hast du keine wires gemacht nein habe ich nicht ich bin unten rechts ich glaube du verwechselst mit mir glaube ich ich bin unten rechts oder mit daryl keine ahnung wie du gesehen hast ich bin auch in der nähe von andy wir müssen unser gedächtnis irgendwie auf pressen ey wir müssen mal mehr gehirntraining machen ja ist so gehirn jogging ja du und ich aber nicht die anderen ich kenne die map nicht ich habe keine ahnung wo ich war ich habe nur müll irgendwo gemacht ja mit dem davor ist es halt im zweifel hat vielleicht dossier und blink kann ja auch ein guter plan sein so darf man nicht vergessen habe ich nicht gesehen war es fast war es allerdings ich weiß es nicht leute wo ist denn das jetzt warte mal reset reset size mister stabilisator ist das hier rechts oder wo was ist das ach das sind die dinger kann meiner an das andere dinge gehen was sind die ich weiß nicht was ist das kurze okay das ding ah nee fuck it ey ich wusste gleich dass es hier auch so eine gibt fix in light ist halt so klein ich sehe ja überhaupt nichts scheiß die waren dann okay okay ich glaube ich habe es noch 36 sekunden ja wir haben es halt geändert wir haben halt die vision geändert und ich wusste nicht dass das bei fix in light halt auch kleiner macht das ist ja richtig eklig so kommt das so vor da haben wir jetzt aktuell ziemlich oh nein ist irgendeiner drin war hier einer drin okay super schwierig ich weiß halt nicht muss ich mir erst mal kennenlernen was kommt bestimmt gleich der strom geht immer aus andi ist es 10 okay genau jetzt ja cool ja 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 Pra mà ja auch Loll. What the fuck? Ah, ich wusste es. Ah, blink doch so. Dich, ich wusste es dir jetzt nicht. Wie du es gesagt hast, Daryl. Aber ich wusste nicht, wie Dossi schon getötet hat. Weil sie war fleißig. Ich sehe halt nichts. Ich sehe halt nur schwarz gefühlt. Als ich mich aber gewundert habe, wieso hat Dossi mich vorhin die ganze Zeit nicht getötet? Die war bei mir die ganze Zeit vorhin. Ich wollte ja auch nicht so auffällig sein. Also, sonst ist es dir auch scheißegal. Dann bringst du jeden um, den du siehst. Gerade wenn ich es bin. Gerade wenn ich es bin, ey. Ja, heute brauchen wir echt lange mit dem Task. Also, sonst sind wir eigentlich echt fix. Oh, ne. Oh, ne. Das mit den Kontinu... Oh. Ich hasse das mit dem Fuel. Fixing Light die ganze Zeit, ne? Weil das ist echt ätzend dadurch, dass wir die Map halt nicht so oft spielen. Und jetzt das mit den Fixing Light das... Oder mit den... Mit der Vision. Dass wir die so klein... Hä? Und jetzt? Peace. Also Cindy ist erstens tot. Wo? Keine Ahnung. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe den Knopf gedrückt. Einfach nur eine Sache, die ich euch mitgeben wollte, weil ich gerade immer in den ersten Routen sterbe und ich mich auch mal reden möchte. Hahaha. Okay. Also... Blink, ähm, stand gerade bei diesem Raumschiff von links nach rechts ziehen, so lange, bis das Licht ausging, ähm, und circa, boah, bestimmt 20 Sekunden. Also entweder musste der fünfmal im Kreis das Ding hin und her ziehen oder er hat da gewartet, hat das Licht ausgemacht und ist dann losgelaufen. Nur so als Information. Ja. Mehr wollte ich nicht sagen. Aber wer nochmal? Blink. Blink. Ja. Blink, deine Aussage? Okay, meine Aussage ist, ich habe schon den ganzen Tag lag Spikes. Also es hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, aber es kann halt bestätigen, also ich halt jetzt auch schon ein paar Probleme. Du hast immer Probleme, das zählt halt leider nicht. Dafür hast du die Runde davor aber sehr gut gespielt, muss ich sagen. Und du bist ziemlich gut, ähm, zeitlich losgelaufen, als das Licht ausging. Also wirklich perfekt, das Licht ging aus und du bist losgelaufen. Blink. 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 Chat, was glaubt ihr, wer es ist? Was glaubt ihr wer es ist? Ah, ich muss ja weiter hier rüber. Warum habe ich das Gefühl, dass es hidden ist? Warum habe ich das Gefühl, dass es hidden ist? Zack, tot. Oh, ey. Ich sollte echt mal auf mein Gefühl hören, ey. Ohne Scheiß. Er ist halt auch nicht zu dem Reaktor gegangen, gar nichts. Alter ey, ich müsste echt mal mehr auf mein Inneres hören, ohne Scheiß. Chat, wie findet ihr das eigentlich hier, findet ihr das hier besser? Wie mich keine Sau findet, ey. Fixing lights, ne. Mir findet ihr es hier besser, oder soll ich vielleicht hier weiter rüber machen? Ah, hier seht ihr gar nicht meine Maus. Fündet ihr es hier besser? Oder soll ich es vielleicht hier rüber setzen oder so? Ich weiß es nicht, das müsst ihr mir mal sagen. Hallo. Guten Tag. Ich muss halt immer meine Taskforce machen, damit ihr das seht. Wer hat Andy gefunden? Ich. Achso, Daryl. Okay. Ich. Daryl. Ich muss mal wirklich viel zu viel anfangen. Ich muss dann mal am Discord gucken. Oh, mal gucken. Wer hat Cindy gekillt eigentlich? Achso. Ja, gut. Ne, er lag halt oben rechts unter dem rechten Seismic. Wie auch immer das heißt. Wo man halt hoch geht und die Hand drauf drückt und was man da macht. Könnt ihr noch ein bisschen runter machen? Ich werde das halt noch ein bisschen runter machen. Ähm. Ich hab's ja das Gefühl, dass es diesmal hin und Daisy ist. Daisy war auch links. Ich war auch irgendwo links. Ich kann nur nicht sagen, wie der Raum heißt. Ich hab die auf jeden Fall gesehen. Also du war das. Ja, wobei, ich weiß, wie lange der liegt. Ah, sorry. Wollte gleich nochmal. Oben rechts. Wenn das hier erstellt, liegen da sonst die Settings? Ja, gut, das mit den Settings ist ja egal. Aber, das sieht man ja trotzdem aus. Es geht halt darum im Game. Äh, Zipus. Stand Shuso eigentlich mit oben an? Ja, das überleg ich auch gerade. Dadurch, dass sie eh gerade quatschen. Weil Shuso ist auch stehen geblieben, als du runtergelaufen bist. Wie kann man nochmal das Overlay? Und als ich dann später da reingekommen bin, ist Shuso einfach wieder rausgelaufen. Als ich, äh, Shuso ist mir eben auch sehr komisch aufgefallen. Der stand auf so einem Wendloch, sag ich mal. Ja, da ist, äh, elektrisches Herz mit den Wires. Aber warum bist du ja nicht die Spezeman runtergelaufen, wenn du schon vor der Schleuse stehst? Ja, genau das. Gefühlt. Gefühlt. Ich bin da mit dir runtergelaufen. Ja, richtig, äh, Zipus sind da gelaufen und später kam halt Wedi nach. Und Shuso stand da wirklich sehr auffällig, aber das wäre jetzt für mich nicht genug, um ihn zu voten, so. Ich hab dich nicht ausgemacht und dann noch gescannt. Besser? Wollen wir mal gucken? Wir müssen das weiter runter, oder? Ja, im Nachhinein ist mir das sauer aufgefallen. Aber da denke ich jetzt da so nicht drüber nach, sag ich mal. Da unten, ja. Ich guck gerade. So, ne. So. Ist das besser? Die Sache ist ja die, die verschwinden halt, ne, weil hier ist dann noch eins. Okay. Perfekt. Ja, dann lassen wir das so. Wenn es euch so passt, dann ist das okay. Ich hab's aber erst überlegt, rechts oder sowas noch ein bisschen kleiner zu machen. Aber ich finde, die Größe ist schon relativ klein. Äh, weil ich hab das auch in den Videos gesehen, sind die Namen relativ klein. Aber ihr seht dann wenigstens, wer spricht. Ich hätt's auch so wie andere machen können. Ich hätte halt, äh, die rausnehmen können, alle. Die rausnehmen können. Und hätte halt immer, wenn sie reden, das aufploppen lassen können. Ja, aber bei anderen Spielen, aktuell spielen wir ja nur das. Mal gucken, was wir zukünftig noch spielen. Macht schon Bock so, muss ich sagen. Hallo. 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 Ich hab Zeit fürs gefunden. Okay. Wo ungefähr? Ja. Äh, ich war gerade bei diesem, äh, Baum, Monitorbaum. Ja. Und bin von da aus wieder Richtung, ich wollte zu dem Spaceyman Room. Mhm. Äh, und auf dem Weg dahin, also noch draußen. Okay. Also müsste ungefähr bei den Weapons so in der Dings gewesen sein. Ich hab nur gesehen, dass ich auf einmal Report anklicken kann. Ja. Hab ich gesehen. Genau so. Dossi ist auch tot, ne? Oder war die schon länger tot? Äh, gute Frage. Nee, ich glaub nicht. Schuso war noch nicht tot. Wollten wir ja nicht woten? Ach stimmt, Schuso war noch nicht tot. Dossi war schon, glaub ich... Wieso wotet ihr Schuso? Daryl ey. Daryl ist schon arsch, ne? Daryl. Hm. Wollten wir nicht Schuso woten? Ich hab halt absolut fast keine Ahnung, aber ich hab ne Tendenz. Ich hab auch absolut keinen blassen Schimmer. Ich hab auch keine Ahnung. Aber ich hab auch keine Ahnung. Wenn ich raten würde, also das Trade-Up raten, würde ich sagen, Johanna und Blink wollten grad ein Double-Kill machen, aber die haben gewartet, weil einer noch Cooldown hat. Von dem Kill davor. Nein. Zur Info, ich hab übrigens keine Task mehr. Ich werd jetzt einfach Leuten hinterherrennen. Also nicht, dass ihr Angst habt, aber ich hab nix mehr zu tun. Ja, Daryl ist gerade im Traster. Zumindest hab ich das jetzt hier so rausgelesen. Hinten und Daryl. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir im Task sind. Das schreibt er aber immer so. Aber ihr müsst mal so sehen, auch für die Leute, die ihn jetzt nicht so kennen. Er sagt halt immer, ihr Idioten! Ihr Idioten! Das sagt er immer. Wird auch Daisy sein und Daisy hat jemand getötet und dann direkt ge... Nein! Hier kam das Sprich. Nein! Nein, ich war's wirklich nicht, weil... Bei Pascal ist das normal. Der schreibt ja immer so. Der schreibt immer so. Nein, ich weiß aber selbst nicht. Ich glaub, wenn ich's wäre... Aber ich will auch mal Imposter sein, wie der ihr Scheißspiel, Alter. Er sagt aber immer Idioten, ne Idioten. Das sagt er immer. Deswegen... Ich kenn's halt so. Der Ausstehende vielleicht ein bisschen komisch. Ups. Ach guck mal, das ist ja geil. Guck mal, das ist ja geil. Guck mal, das ist im Fernsehen. Okay, wer ist es jetzt? Bin ich ja hirntot? Nee. Los. Ah, Hidden. Da hat er wieder was für seine YouTube-Video, ey. Okay. So, wo sind sie denn hier? Wo sind unsere Imposter? Ah, okay. Weil die gewinnen wieder den Imposter. Ich hab das Gefühl, dass wir zu viele Tasks haben. Kann das sein? Komm mir das so vor, da haben wir zu viele Tasks. Ja. Stark ohne... Du musst sagen... Hä? Also das muss ich direkt vorweg sagen. Also ich weiß nicht, ob die Geister hinterher gelaufen sind. Fuck you. Aber ich bleib so oft einfach... Konne ich nix machen und bin stehen geblieben in der Gegend.